Hier jagt ein Spitzenspiel, das nächste, der deutsche Klassiko geht in die zweite Auflage in der Saison. Rückspiel gegen die Bayern, Spieltag 23, das letzte Spiel, das Derby. Guckt euch das nochmal an, bevor ihr das Spiel hier anguckt. Wahnsinn, also was da wieder abgelaufen ist, das passt zu unserer Saison bislang. Und zu unserer Saison würde es dann auch passen, wenn wir die Bayern heute schlagen, denn wir sind wieder auf Tuchfühlung mit Leverkusen und mit Leipzig oben an der Tabellenspitze. Das ist wirklich alles ganz, ganz eng beieinander. Und ich werde heute mal mit dem 4-3-3 spielen. Das hat gegen Schalke besonders in Halbzeit 2 gut geklappt. Muss jetzt nicht unbedingt gegen die Bayern funktionieren, aber ich versuch's mal. Never change a winning system, sagt man ja immer gerne und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich hab's anfangs mit einer Dreierkette probiert, das war eher so suboptimal, aber jetzt probier ich's mal hier mit dem 4-3-3. Und wenn heute ein Sieg dabei rumspringt, dann würden wir, wie gesagt, ganz nah an Leverkusen und an Leipzig rankommen. Und die gewinnen halt auch nicht jedes Spiel. Leipzig müssen wir noch bespielen. Und wir haben jetzt einen Monat vor uns, wo wir Gegner haben, vor allem in der Bundesliga, wo wir halt wirklich vier Siege holen müssen. Da ist unter anderem Augsburg mit dabei, da ist Bochum mit dabei, Frankfurt ist mit dabei. Da haben wir auch noch eine Rechnung offen. Jetzt haben wir aber erstmal einen Freistoß. Ja, die Freischüsse, die kann ich natürlich so gut. Aber ausgerechnet heute, warum nicht? Wir gucken einfach mal, ob's klappt oder nicht, so wie ich mir das vorstelle. Bisschen vorbei an der Mauer. Ah, das wird doch eh nix. Probier's trotzdem, warum nicht? Vielleicht geht er ja gerade ausgerechnet heute rein. Schöner Schuss, aber neuer. Den kannst du damit nicht beschäftigen. Ja, und die Bayern, die waren im Hinspiel eigentlich auch sehr, sehr aggressiv. Haben dann geführt, glaube ich, nee, wir haben erst geführt, dann haben sie das Spiel gedreht und dann haben wir, glaube ich, nochmal ausgeglichen. Und die Bayern gehen auch hier ganz, ja, aggressiv gleich rein, sind vorne drauf. Da müssen wir besonders im Mittelfeld aufpassen und die Verteidiger und alle anderen auch. Alle müssen hier heute zusammenarbeiten. Das muss heute eine große Einheit werden. Dann können wir hier ganz, ganz Großes erreichen. Oh, ist das nicht Abseits, ey? Ja, doch. Da waren alle im Abseits. Da waren die Bayern ganz hoch aufgerückt. Und apropos Bayern. Die kommen vorne mit Mané und außen mit Müller. Das könnte die Führung werden, aber Kobel ist da. Und rettet das erste Mal gegen den Kapitän. Und die erste Ecke. Da ist Sabitzer. Achtung, wir rücken nicht hinten raus. Und dann gibt es wahrscheinlich gleich die Quittung. Ein Bellingham ist dazwischen sehr schön gemacht. Und Pedersen auf die Außen und wir rücken raus. Vielleicht können wir ja schnell umschalten über Kavai und über Mahlen. Aber gut, der gegen Davis, da brauchst du gar nicht weiterlaufen. Und schon sind die Bayern wieder alle hinterm Ball. Ihr seht das, ey. Die arbeiten auch alle mit nach hinten. Die warten auf Konter, lassen uns ein bisschen das Spiel machen. Und dann ist vielleicht irgendwo mal die entscheidende Lücke für uns. Vielleicht da hier über Kavai. Nee, Aller. Oh, da muss er nochmal hochspielen. Da habe ich wieder Reus zu spät gesehen. Das war der ideale Versuch. Hier gut rausgespielt, breit gemacht. Die Verteidigung auseinandergezogen. Und dann winkt Reus oben. Hat so ein Neonschild in der Hand. Aber leider habe ich ihn nicht gesehen oder zu spät. Reus, ja, halbwegs gute Ecke. Aller und Bellingham, ja. Schöner Schuss, schöne Parade. Richtig schön gemacht. Weiter den Druck machen. Vielleicht können wir ja einen Ballverlust provozieren. Aber meistens geht das bei den Bayern gut. Meistens, aber da kann ja auch mal was schief gehen. Ja, Paul Torres, aber ich denke mal. Oh, Neuer. Ja, wenn sie das noch ein paar Mal machen, dann ist er irgendwann hinten drin. Dann macht die KI das auch nicht mehr mit und das Spiel. Aber gut, so sieht es halt aus. Es kommt auf Nuancen an, auf Kleinigkeiten. Wer hier den ersten Fehler macht, der wird es ganz, ganz schwer haben, wieder zurückzufinden ins Spiel. Und Süle geklärt. Sehr schön, die Bayern machen Druck. Pressing. Und das ist unsere Chance, umzuschalten. Oh, ne, schlechter Ball. Die Vertikalle, die will ich eigentlich gar nicht spielen. Die kommen immer viel zu weit. Und die Bayern kommen über Davis, über die Außen. Achtung. Pedersen hat da eigentlich gar nichts entgegenzusetzen. Müller, Achtung! Und Süle und Kobel im Verbund, gemeinsam gegen Müller. War auch mehr so Zufall. Aber wir haben es geklärt bekommen. Wieder die kurze Ecke. Sabitzer und Reus ist dazwischen. Darf nicht verlieren. Verliert noch nicht. Und Cavallo auf dem Weg nach vorn und wieder abseits. Das ist ganz, ganz typisch. Die letzten Spieler auch schon. Die Pässe kommen immer eine Sekunde zu spät. Jetzt muss er eigentlich schon gespielt werden. Aber ich weiß halt nie, wann sie rausrücken. Wenn ich zu früh spiele, dann kommt der Verteidiger noch hinterher. Wenn ich zu spät spiele, dann kommt das raus, was ihr gerade gesehen habt. Und die Bayern über Goretzka und Süle ist dazwischen. Sehr, sehr schön. So, und wieder die Chance umzuschalten. Aller, diesmal schicke ich ihn früher und diesmal ist es kein Abseits. Pau Torres kommt da nicht so richtig hinterher. Spitzer Winkel. Probieren wir trotzdem. Und Neuer im Nachfassen. Okay. Das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Die Bayern mit Chancen, wir mit Chancen. Ja, wir teilweise im Mittelfeld da mit dem 4-3-3. Haben wir auch schon einige Male nicht so gut ausgesehen. Aber so sieht das richtig gut aus. Süle und Kobel. Auf Wehron. Und Reus kommt da nicht hinterher. Und dann wird es halt schwierig. Aber die Verteidigung steht bislang echt gut. Und jetzt die nächste Chance, schnell umzuschalten. Das ist kein Abseits. Wehron. Ach, ist doch Abseits. Mann, nimm mir doch nicht die Illusion. Aber das muss auch ganz, ganz knapp gewesen sein. Der startet. Ah, der Oberkörper, der Kopf. Boah, das ist ganz, ganz eng. Schade. Das hätte man auch anders auslegen können. Aber gut. Man muss ja hier sportlich fair bleiben. Und das bleiben wir auch. Achtung. Das kann jetzt ganz gefährlich werden. Jetzt fehlt die Riro hinten. Achtung, Müller. Macht es alleine. Und da ist Goretzka. Und wieder. Einmal nicht aufgepasst. Einmal geschlafen. Und dann nutzen das die Bayern auch irgendwann aus. Dann kann Kobel auch nichts mehr machen. Und somit führen die Bayern erstmal. Da hat die Riro hinten gefehlt. Da hat dann die Aufteilung auch nicht mehr geschwimmt. Hier rückt dann Süle raus. Und Müller wartet genau auf den Moment. Und Goretzka versenkt den. Da machst du nichts. Fünftes Tor. Jetzt überlege ich, ob ich mal umschalte. Also auch umschalte. Klar, auf mehr Offensive und umstelle. 4, 2, 3, 1. Ansonsten kann ich auch mal die Dreierkette probieren. Das hat echt gegen Gouwe. War ich sehr überrascht. Das hat gut geklappt. Aber es klappt natürlich nicht gegen jeden Gegner. Aber vielleicht. Wenn wir in der Offensive jetzt mal einen Mann mehr haben. Dann könnten wir vielleicht darüber ein bisschen aggressiver spielen. Aber ihr seht das. Die Bayern ohne Ballverlust. Ballsicher. Die machen mit uns, was sie wollen. Ey, Mane. Davis, Sabitzer. Und den haben wir dann erstmal geklärt. Schade, den Angriff kriegen wir nicht mehr. Aber es war, auch wenn wir zurückliegen, echt eine gute Halbzeit. Steckt das Handy weg. Wir wollen keine Influencer in Stadien haben. Nee, Quatsch. Ja, Leipzig führt auf Schalke. Schade, kann sich auch nicht drauf verlassen. Aber im Prinzip müssen wir unsere Spiele hier gewinnen. Da können die anderen noch so viel machen. Das ist auch so ein verkapptes 4, 2, 3, 1. Wer ist denn? Bruno Petkovic. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Oder wer? So, jetzt 4, 2, 3, 1. Ansonsten Dreierkette. Aber die Bayern haben besonders, wenn sie unser Mittelfeld überspielen, das war im 4, 3, 3 besonders so, dann haben die riesige Lücken. Aber vielleicht haben die ja auch Lücken, die wir ausnutzen könnten. Weron, naja. Aber mal okay. Abschluss gesucht, Abschluss gefunden, Abschluss gemacht. Aber wir sind direkt drin in den Zweikämpfen. Das gefällt mir richtig gut. Alea, Weron. Wartet unten auf Guerreiro. Der wird auch mitgenommen. Kein Abseits. Weron. Das ist richtig schön gespielt. Und dann fehlt der Abnehmer. Und dann ist es wieder Abseits. Ja, das war mal schön gemacht. Und das war auch wieder, oh, haarscharf. Aber war halt gut einen halben Meter Abseits. Machst du nix. Und die Bayern kommen, der licht mal mit einem Vorstoß. Langer Ball. Nee, der darf nicht ankommen. Pedersen ist da. Und dann, oh, harte Grätsche. Und das ist ein Foul, natürlich. Musst du gar nicht lange überlegen. Nee, Kent spielt nicht vorne. Der spielt windern über die Flügel. Und die nächste Welle rollt. Und weil die Bayern, die stellen immer wieder hinten die Abseitsfalle. Rücken raus. Somit haben wir Schwierigkeiten, da reinzuspielen. Und wir müssen es dann über die andere Seite probieren. Guckt euch das an. Die Rücken raus. Pressing. Das passt alles zusammen. Das muss viel, viel schneller gehen bei uns. Pedersen. Und in der Mitte. Da sind wieder ein paar Leute. Aber es kommt wieder keiner hin. Das ist unglaublich. Wenn mal Leute in der Mitte sind, dann kriegen wir einfach den Ball nicht zum Mitspieler. Ja, jetzt aber Aller, Aller. Ausgleich. Geht doch. Und der will mehr. Der nimmt den Ball mit. Der war so schnell geschossen. Der dreht sich von alleine in seiner Hand. Aber dann die beiden jetzt auch einmal geschlafen. Hier Fehler von Pau Torres, glaube ich. Der da so halbherzig hingeht und Aller nutzt das dann. Der ist wirklich gut drauf in den letzten Spielen. Ja, sieht auch nicht ganz unhaltbar aus. Aber aus Spitzenwinkel, aus der Entfernung ist das immer leichter gesagt dann vom Sofa aus oder vom Aufnahmeplatz aus. Nun gut, also jetzt haben wir erstmal den Ausgleich. Also das ist so das Mindeste, was ich heute möchte gegen die Bayern. Wenigstens ein Remis. Einen Sieg würde ich natürlich auch liebend gerne nehmen. Aber ich wäre auch mit dem Remis zufrieden. Aber ich möchte mehr. Und wenn die Chance besteht, und wenn wir weiterhin so spielen, warum sollte das nicht funktionieren? Guerreiro. Es ist niemand in der Mitte. Weron braucht er zu lange. Das dauert zu lange. Aber es darf halt auch nicht so lange dauern. Gnabry jetzt gegen Guerreiro. Komm, dann müssen wir auch mal in die Zweikämpfe rein und zur Not einfach mal ein Foul ziehen. So, einfach mal die Grätsche auspacken. Das ist kein Foul. Schöne Grätsche. Und dann geht es weiter hier. Aller, der sich auch mal fallen lassen muss. Aber die Bayern, die stehen dann halt auch ziemlich hoch. Da steht er immer im Abseits. Aber Carvalho läuft durch. Schade. Und er bleibt natürlich genau im Spiel. Für die Bayern aufgepasst. Pedersen, der kommt da nicht hin. Er ist unfassbar. Wir machen uns den Ball hier gleich wieder selber rein. Mané, Müller in der Mitte. Aufgepasst. Davis, Bellingham, Petkovic. Gnabry. Sabitzer. Ach, Quatsch. War Gnabry. Sabitzer war vorher. So, und wieder geklärt. Und wieder geht es schnell. Und über Reus und wieder Abseits. Oder? Ja, das ist unfassbar. Immer diesen einen Moment. Was ist denn los, ey? Immer dieser eine Moment. Zu lange gewartet. Das nervt. Nervt wirklich, ey. Teilweise so. Ryan kennt noch mal frische Kräfte. Vorne habe ich niemanden. Reiner kann auch kein Stürmer spielen. Mahlen kann Stürmer spielen. Dann bringen wir noch mal den jungen Beinu Gittens rein. Über die andere Seite. Aber das sind wieder so Dinger, ey. Das wurmt auch irgendwann. Das wurmt. Das nervt. Weil man dann immer genau zum falschen Zeitpunkt spielt. Entweder zu früh. Ja, oder dann halt zu spät. Müller. Schlatterbeck dazwischen. Aber die beiden machen jetzt auch nicht mehr so viel Druck. Wenn sie, oh. Ballverlust haben. Brauchen sie auch gar nicht. Weil wir die zu Torchancen wieder einladen. Gnabry. Achtung Sané. Oh, der ist da frei. Achtung Müller. Und Kobel. Aber auch wieder durch Zufall. Das war wieder mehr Zufall als wirklich gewollt. Können sie wieder kurz aus Sabitzer. Kimmich Sané. Achtung. Der kann von Weitem schießen. Macht er auch. Aber er wird geblockt. Weiner kriegt den nicht geklärt. Achtung Kimmich und Schlatterbeck. Ganz wichtig. Was macht er denn da? Um Gottes Willen. Er kriegt den Ball da nicht raus. Das wäre wieder so ein typischer Schlatterbeck-Moment gewesen. Die Bayern, die machen jetzt nochmal ein bisschen mehr Druck. Wollen natürlich auch hier als Sieger vom Platz gehen. Oh Mann, die gegen Pedersen, dass es zu einfach sei. Nee, Süle. Und das war auch eine faire Grätsche. Da darf sie auch nicht auf Elfmeter entscheiden. So. Was machen wir nochmal? Vielleicht hier ein Angriff über Bein und Gittens. Pedersen. Jetzt fehlt Hallern natürlich in der Mitte. Da können wir nicht reinflangen. Aber da kommt wahrscheinlich jetzt genau einer ran. Er zum Beispiel. Mahlen. Und geklärt. Jetzt wird es nochmal ein offener Schlagabtausch. Chancen auf beiden Seiten. Die Bayern vielleicht ein bisschen zwingender. Mit den klareren Chancen. Und mit solchen Kombinationen, wo du halt auch nicht hinkommst. Bellingham dazwischen. Wichtig. Da muss jetzt jeder mit nach hinten arbeiten. Sane, Bellingham kommt reingegrätscht. So ist es richtig. So und jetzt die Frage. Spiel ich nochmal auf Dreierkette? Ich bring nochmal Bessei rein. Oder lass ich es dabei? Ich lasse es dabei. Wie gesagt. Ich gehe jetzt eher auf Remy. Auf Ergebnissicherung. Doch nochmal vielleicht einen Konter zu fahren. Aber guck mal. Ryan Kent, der muss ja auch vorbei. Ob der langsamer ist als Sabitzer? Kannst du dir nicht ausdenken. Und wieder Müller. Also Kobel sei Dank, dass wir heute nur ein Gegentor bislang bekommen haben. Wenn es ganz blöd läuft, kriegen wir hier zwei, drei Dinger. Aber noch ist er nicht vorbei. Achtung Müller. Mit der Chance Müller. Kobel ist da. So und wenn es jetzt vielleicht nochmal schnell nach vorne geht. Aber so nicht. Wir müssen eher aufpassen, dass wir nicht noch ein Tor kriegen. Pedersen gut geklärt. Zwei Minuten Nachspielzeit. Das wird der letzte Angriff sein. Höchstwahrscheinlich. Ryan Kent. Bessei. Kommt auch nochmal mit nach vorne. Gegen Kimmich. Bessei hält er im Spiel. Und Ryan Kent. Das schlechter Pass. Schade. Schade, dass wir das nicht noch gut zu Ende gespielt bekommen haben. Da fehlt es halt auch wieder an der Genauigkeit. Ich glaube, am Ende muss man damit zufrieden sein, dass wir hier 1-1 spielen. Wir hätten auch gewinnen können. Aber ich glaube, das Pendel hat sich eher auf Bayern-Seite geschlagen. Von daher geht das 1-1 schon in Ordnung. Also ein sehr, sehr intensives Spiel geht zu Ende. Leipzig gewinnt locker auf Schalke 3-0. Bleibt also weiter oben. Leverkusen müssen wir halt auch mal gucken, wie die jetzt spielen. Oder gespielt haben. Und für uns geht es jetzt in den März rein. Mit, wie gesagt, Augsburg, Frankfurt, Bochum ist glaube ich auch noch mit dabei. Und dann kommt zwischendurch das Rückspiel gegen Juwe. Wir haben auch noch monatliches Scouting-Update. Da haben wir noch kurz was zu tun. Aber wir gucken jetzt erstmal hier rein. Das sieht so aus, als ob Leverkusen auch nicht gewonnen hätte. Gucken wir nochmal in den Februar rein. In unseren Spieltag. Da haben sie in Leverkusen, äh, Leverkusen-Frankfurt 1-1. Das war ja an dem Spieltag, wo wir gegen Schalke gewonnen haben. Und hier hat Leverkusen gewonnen gegen Stuttgart. Okay, sind wieder vorne. Aber auch nur 5 Punkte. Und Leipzig ist auch nur 8 Punkte weg. Das ist zwar schon ein herberer Vorsprung, aber Leipzig spielt ja auch noch gegen Bayern. Ich glaube, vielleicht auch nochmal gegen Leverkusen. Da können wir also vielleicht auch nochmal hoffen, dass da vielleicht ein paar Punkte genommen werden. Aber im Prinzip wird es halt immer so ein schmaler Grad. Wir müssen gewinnen. Die anderen müssen verlieren. Wir haben es halt leider nicht in der eigenen Hand. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Solange rechnerisch noch alles möglich ist, werfe ich hier die Flinte nicht ins Korn, ne? So, mal gucken. Mauro Marino. Ah, nee. Der muss schon Wert von einer Million haben, bevor ich da zugreife. Aber es sieht so aus, als hätten wir momentan auch nicht so viel Glück bei den Jugendspielern. Der hat auch nur 875.000 Seamage verkauft. Das hatten wir ja schon im letzten Part. Und dann würde ich sagen, ja. Machen wir weiter gegen Augsburg. Da muss der nächste Sieg her. Ich spiele oder muss in jedem Spiel auf Sieg spielen. So ist es halt. Und jetzt kommt halt ein ganz, ganz entscheidender Monat. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Ciao, ciao.